ich habe alles ist über die stadt und spiel und dann packen so starten jetzt klare so eben noch da rein an uns amante weil ich euch nerven möchte licken wieder vielleicht kann ich schreiben wolfram wolfram alle gucken wolfram ja so wenn sie die bot ist da das ist schon mal kurz vorab natürlich ein ganz minimaler kleiner einwurf des organisatorischen ich weiß widerlich oder ja ganz doll widerlich geht ja mal so gar nicht schnell warum lässt sich nicht mal wenn du spiel ja ich habe ja so ein lichter habe ich da da trage ich gleich noch ein wenig ab und ich habe den wir heute suchen entweder ist es heute und ich muss einmal nachgucken wird gefressen ich wollte halt einmal eine richtige liste machen also wir haben namen weg also haben wir hier bei anscheinend nein wenn sie ein hamburg das haben wenn sie haben haben eine dann eine im bürger im bürger im was eingetragen es da lieben drei eingetragen 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 ist jetzt eingetragen limbo ist eingetragen look eingetragen maggo eingetragen messer eingetragen mir eingetragen nico rosso eingetragen laber schwachsinn aber das ist so kies und das muss so da haben wir nizza nova nix eine octavia war doch schon wukul wakilabi titania prime titania aha da haben wir titania wurde verfüttert letztes mal die normale titania wurde verfüttert die naxa ist da haben wir revanant haben wir dann haben wir schon mal die eingetragen und auch die eingetragen die ich füttert habe ja jetzt passt jetzt richtig geil jetzt gehen wir zum dinges und gucken was wir an prime teilen haben damit ich weiß was für teil ich brauche es prime haben wir die neurophtik atlas haben wir die blaupause benji crime haben wir die neurophtik kaliban haben wir die linksbums chroma haben wir theoretisch alles aber nicht gebaut deswegen ist es nicht abgehakt aber wir haben es ja also eigentlich wir haben die chroma normal systeme haben wir haben das chassis wir haben wir haben chroma prime im chroma prime chassis und systeme ich habe es haben wir die normale haben wir tag haben wir auch die und die oberform haben wir auch aber ich weiß nicht wie man das eintragen soll müsste ich noch mal hier und danach noch nein fluss gesamt soll genau das ist super langweilig aber wir werden gleich weitermachen wir werden gleich wirklich spielen und so das muss aber einmal geregelt werden tax systeme haben wir die könnten wir sogar bauen aber ich bin mir nicht sicher ob ich die schwimmung gebaut haben wir sehen es gleich mal ich kenne das chassis prime equinox da steht gar nicht tag oder nacht dran ich kenne dann kein tag und nacht mehr das ist ja geil ich muss mal hinter den alltag hin hat die tag seite und da ist auch schon system drin also brauchen wir kein system mehr okay egal haben wir die neue system bei gar haben wir noch nie gar gar haben wir komplett noch mal ich weiß dass es erstmal bläht 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 aber hin aber garuda haben wir garuda neuropik haben wir auch schon eingesetzt und benutzt garuda primed chassis haben wir garuda neuropik haben wir noch mehr viel zu viele aus aus haben war gerendel haben war ja das hätte der herr der herr in herr haben war er brauchst eigentlich nur eine neuropik ja genau du brauchst nur noch die europäische kildrin werden haben wir die systeme systeme ich weiß die droht haben wir jetzt hast du sowas auch als muss auch mal sein ich vergesse es möchte jetzt mal die ware haben wir die neuropik die war haben wir dieses thema mal gucken genau kura brauche ich noch die neuropik und die blaupause dann habe ich nämlich alles von der lieben lukki brauchen wir nicht mehr viel nur noch systeme und neuropik miese haben wir die blaupause mirage haben wir dies ja ok also wenn man das und systeme ich habe eine liste am sorry systeme neidus neidus haben wir endlich neidus prime haben wir auch eine nova prime haben wir auch cool es darf da nicht mehr so viel sein nix prime bis nummer nix prime systeme ach kacke hat euch irgendwas anderes überstehen oberen haben wir octavia prime haben wir die neuropik wir sind gleich durch es dauert nicht mehr ewig brotea ja bist du durchgedingst ja haben wir ähm bbbb rhino prime rhino prime ich mach jetzt nur die prime teile die anderen das habe ich auch ok bei den ganzen anderen siren brauche ich auch noch siren habe ich aber schon da hat sie drin und servergoss haben wir die blaupause und noch nix anderes die tanya prime haben wir schon haben wir haben trinity haben wir schon haben wir neuropik und chassi da brauchen wir noch ein teil von der west wir haben dieses thema aber wir müssen sie noch mal cool dann müsste man da mal gucken was man da sammeln kann verkürt und neuropik okay wukong haben wir einmal das wir haben alle systeme einmal ok cool ich muss den eigentlich nur machen und dann verfüttern das ist das ding bei wukong das ist der einzige zweck von wukong er wird einmal verfüttert und dann wird es dann wieder gut gemacht also wir brauchen noch ein system bei der zartu das ist wirklich das kriegt man hin crime teil und chassi soll durch ja wir sind durch mit der blöden suche da kann ich wirklich sagen was machen wir als nächste wir werden jetzt erst mal gucken ob diese ein mission da sind die ich denke die da sein sollten so diese belohnungen die auf alarmierungen in person alarmierungen das sind die alarmierungen die ich meine das sind die die wir gekriegt haben die sind noch sechs tage da ok da können wir auch gleich mal gucken ob irgendwann jemand bock dazu hat event das hier ok ich weiß schon was ich machen möchte das ist nämlich die haro 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist doch mal gescheit hier jetzt bitte die schrank das muss ich nicht wollen damit das abgeht ja genau wo ist denn so ich stimme ich habe ja noch diesen stampfer das was ich vom helme der helme system man sieht gott im himmel scheiße warum sagt es denn niemand danke soll jetzt gesehen werden man hat das game gehört kann auch nur mir passiert voll spaß gerade schon und dann wird das nicht gesehen nein es geht um spiel und die ich sollte vielleicht mal so ein dinge öffnen schnell genug tötet wo wäre das denn da weiter nach da hat die ganze zeit in die falsche richtung gelaufen ja das macht sinn ich bin nun meine liebe beschäftige Ach, das ist ein Kuba. Das wäre, glaube ich, nicht so praktisch, wie ich das gerade brauche. Komm, komm an. Okay. Ich glaube, ich muss noch einen aktivieren, weil ich, wie gesagt, nicht schnell genug Leute töte. Sind die? Ach, die sind über mir. Okay. Oh mein Gott, diese Orientierung in dem Spiel ist man bei so... Warte eben, ich brauche mal kurz da lang. Wie komme ich denn dahin, wo ich hin will? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich raus? Hä? Boah, verwirrm' ich nicht gut. Dann noch hier? Dann noch da? Ich dachte schon gehen. Okay, fünf Minuten habe ich schon hinter uns. Ähm... Gerade aus? Okay. Na, lass das machen und nicht in der Hand stecken. Ich suche mal noch eins. Juna wurde ja auch gerade gefüttert. Der geht auch super jetzt. Du... Lass mal sonnen, 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 sonnen. Vielleicht wieder auf 80 zu kriegen. Ja. Dann in der Nähe von eins stellen und dann... Wie sind die da? die kann jetzt trüben ohne problem wenn sie mal herkommen warum schießen die auch nicht was willst du von mir? ach so das muss ich in dem einen modus ich glaube das war der Weitsprung, ne? ja nein 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 wie begriff es ist? Ach, das wird so. Ah! Ah! So, guck dahin. Nein! Das wollte ich nicht. Kacke. Das war kein Scheiß-Uhr-Frasse-Nahmen. Direkt. Ja, ich verrunde aus auf Zeit, weil sie dritten. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Was kriegen denn da, wenn ich denn? Okay. Da drin? Das sieht kein... I don't need the score of shit. Das ist ja erstmal... Ähm... Oh, Helios ist noch am Leben. Ich weiß! Was? Nein! Komm schon. Jetzt stelle ich mich eben da hin. Genau. Das kommt doch mal ein bisschen schneller, damit ich ein bisschen mehr haben kann, ihr Typ sind. Ich weiß nicht, wie kann ich denn... Die waren da auch viel drin, ne? Die können hier drin, ne? Die können hier drin, ne? Bei mir geht es schon mal... Pfff! 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 Pff! Pff! Pfff! Pfff! oh Life support activated I've delivered another life support capsule shit I'm the daughter so schön wenn ich jetzt einfach herr klingt und dann nur noch ein paar minuten durchhalten kommt schon die an die kacke daran immer diese not die knappheit an das ist nicht gut falsch laufende Animals! Hä? Warum hab ich jetzt Schaden gekriegt? Was ist jetzt auch schwieriger? Oh! Oh Gott! Rene! 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 das? Ich hätte doch drei Minuten bleiben, Mama, bitte! Ist nicht so einfach allein. 20 Minuten leben. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Critical life support levels extraction is your best option Ist GRAND Star Trek d место Ich kann nicht mal zum Extration Ich glaube wir irgendwie solche Hände räuchern können oder? Ja! Vincentenee! Böses Herolein! Why do I get the ball ab? Und imyardsur talking Wir kennen Ana mehr, also müssen wir weitergehen. Oh. Nope. Nix Nettes für uns. Was ist das denn da? Okay, ich bin ja schon weg. Ich laufe jetzt ganz gemütlich, damit wir noch die 20 Sekunden haben. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich wusste nicht, dass man hier runter kann. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte jetzt wieder rum. Was ist denn jetzt noch umgehen? Ja, das ist gut, ja. Ganz wichtige Sachen in diesen Kisten. Ganz, ganz wichtig. Ähm, warum zählt die Zeit nicht mehr? Ach, nö. Ach, weil die blöde Kacke abgelaufen ist, ne? Weil wir keine Energie mehr haben. Der hat die Zeit nicht mehr hoch. Na toll. Ich hätte noch 1,20 Minuten. Oh, Mann. Ich will gehen. Wie komme ich raus? Oh, Mann. Wie kommt man denn jetzt hier so gescheuert durch das Haus? Nein. Ich muss da irgendwie hoch. Wie komme ich da hoch? Ich weiß nicht, am besten irgendwie wieder da in die Mitte rein. Ich komme von hier irgendwie hoch. Nein. 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 Okay, cool. Oh, ist das doof? Oh, ist das doof? Jetzt gebe ich mir Mühe jetzt 20 Minuten zu überleben. Und dann scherbe ich jetzt gerade einfach mal. Geil! Äh, cool. Okay. Harrow suchen alleine ist auch nichts. Cool. Die Zar muss weg. Die ist nicht so gut wie meine Flummi. Ja, ich weiß es ja. Ach schön, ich habe jetzt auch das Windows-Zeichen hinter meinem Namen. Warte, ich habe noch das Halloween gedöhnt, das gefällt mir. Die Zar, die muss leider weg, denn ich habe eine bessere Waffe. Meine Flumflumflum. Flumflumflum. Warte, Flumi mal. Könnte ich die nicht machen. Warte. Hm. er muss gemacht ich habe fast nur erdinger okay dann versuchen wir das doch einfach mal mit ora noch mal und später dann noch mal mit herr es war so veröffentlicht also hätte ich theoretisch ist eine hoher wäre lasst mich wenn neue optik das nicht nebenbei hier so eine noch eine seite auch von von der warframe wiki damit ich genau weiß was jetzt diese blöden wellen sind oder schieß mich tot also Okay, äh, äh, ähm, Cora, laufpause, 11% in der C, Rotation und Neuraptik, Neuraptik, 9% in der D-Rotation, ich glaube, ich muss gleich noch mal kurz nachgucken. Jetzt muss man zu den hinstellen, zum reingucken, damit ich ganz genau weiß, was jetzt passiert wird. Also A, so, B ist 6 und 8, ja, das sind 8, dann war das richtig informiert in meinem Hirn noch eingespeichert. Das ist kalt. So. Oh, 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 oh. Mäst, mäst framIII leing visitors? Ich frage mal, ob ich das 8 mache oder ob ich weniger Ich frage die Antworten, weiß man es an Was ist das da gelaufen? Keine Ahnung, wie sind sie? Sicher sich Ich frage mal so ein einzelnes Platz Wir haben halt auch eine Meerasche, die erst glatt macht Das ist auch richtig so Mit der Konfetti Was ist Loot? Crafty Jelly, Mitecora Mitecora Und ein Rumstehen ist auch blöd Ja, das ist richtig, ne? Ist das Savatron? Ich glaube schon Und dann gleich ein bisschen Metallrunde Ich bin zu stark, ich bin zu schlecht Okay, was ist er denn? Was ist das Switch? Was ist das? Windows, Windows, Winniken Das ist unser Team Gar kein Schaden Uiuiuiui Relikt ist unser Wuhu Wuhu Bisschen auch traurig hier. Precious Energy Echt der hat ein Hotfix? Oh Mann! Die sagen auch immer noch nicht. Ach so lange drin bleiben wie es geht. Wie kommt denn jetzt ein Hotfix am Dienstag? Sonst kommen die doch immer die Donnerstag. Ich weiß, das macht was anderes. Warum? Ich habe das Update in Reine gehauen. Dann gibt es nach dem Hotfix eine Qualmischung. Ich kann so chillen. Dann gehen wir einfach anmachen und dann go. Jetzt gehen sie nicht rein wegen einem Hotfix. Aha. Hi Onkel. Wie geht es dir? Was kommt denn? Hotfix in einer Minute? Ich habe gerade eben versucht alleine. wir sind heute auf der framejagd gleich ist der hotfix und ich versuche gerade immer noch herr zu kriegen kriegen und auch mal kora mit städter papa kommen in one minute dann logge ich mich jetzt mal kurz aus weil der hotfix her kommt richtig und dann logge ich mich gleich wieder ein und dann geht es weiter ich hätte immer noch gerne die kura und so ich habe noch gerade am anfang so ein bisschen zusammen klamüsert was es halt so gibt was wir halt zu brauchen was ich so brauche nicht passiert das ist dann ja ich warte eben auf den hotfix und da ist dann noch nicht so weit hotfix hotfixi und da ist mir fehlt glaube ich nur noch mit material um die wissen mein war wenn man auf dem neuesten stand guckt doch noch mal nach wenn hotfix kommen soll maus wenn die maus nicht da sein möchte verstehe ich meine maus will manchmal nicht so jetzt machen wir 17 uhr mal gucken so ein update inhalt muss auch ein hotfix wasser schon ist aber für mich mein kündel wohl heißt das für dich dein feind ach so ach so hast du ich dachte ganz kurz an an hier die tierwesen weil der heiße auch gründel world die 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 sony depp gespielt hatte und dieser andere was der namen und der anderen meine heißt hugo egon und die muss ich auch noch basteln wolltest du dich gerade nicht starten hallo warframe wollten sie sich starten wolltest du dich doch starten warframe fick dich warframe update fehlgeschlagen bitte versuchen sie später warneut das update wird in kürze neu gestartet jetzt okay okay dann warten wir ein paar minuten ja zum beispiel ich glaube also ich werde den ich werde kura und harrow leveln und dann direkt verkauf verfutter weil vom harrow habe ich ja die prime version mit zusammen klamüsert und die habe ich dann ja auch schon und von der kura gibt es auch eine prime version das heißt dass ich mir dann irgendwann die prime version hole bevor und dann mit der weiterspiele ja das ist so meine planung und das update wird gerade funktioniert und das gleiche gilt für den wukong den schmeiße ich glaube ich trotzdem noch leveln ich muss mir noch eine protea fahren weil meine protea ist gedingst die wollte ich nicht wegschmeißen verfüttern und das ist auch die eine von twitch also die wollte ich dann wirklich die weg geben ja festgestellt hast du ich brauchte bis für fein kummer und mirage brauche ich gewollt und einen riedhof muss ich auch noch muss man die also wenn ich den 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 frame verfüttert habe kann ich diese fähigkeit die der frame ergibt auf mehrere packen oder kann ich sie nur einmal verwenden sodass ich mir immer mehr mehr rein und so basteln muss wo meine frage und ich hatte auch noch das hier im auge also die alarmierung falls man die noch nicht hatte dann können wir die auch noch irgendwann später zu machen falls jemand gleich im chat bock hat mehrfach cool danke mehrfach einmal einmal wie mehrfach er sammelt doch extra schon eine wusste sein mehrfach ich wollte sanctuary ansturm kann es nur einmal ich weiß nicht ja ich 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 spiel mit dem gerade erst das erste mal rum und dann das erste mal hier meinen meinen popo verteidigen ja ich weiß nicht das nicht sagen ja so beruf also sagt mehrfach so einfach das geht das bei manchen sachen Eine gute Sache rauswüpfen dann, ne? Ah, puh, ich habe vergessen, meine Flummi zu upgraden, zu modden, weil ich habe die gerade ge... Forma? Was habe ich gerade gemacht? Ich habe irgendwas gemacht, die mit der aufgewertet wird. Ist das Forma? Nein, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, es ist meine Energie! Ich brauche Energie. Der Helmet-Fächerts-Jahr-Fächerts-Helmet. Also wenn ich jetzt reino reinschmeiße, kann ich die reine Fähigkeit an meine Protea, an... 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 oder kann ich nur einmal verwenden also die fähigkeiten die der hemmel kriegt wenn man einen vr frame in den reinsteckt das meine wie du willst also mehrfach warum kann das warum geht das bei onkelchen ja also einmal einmal warframe protea einmal warfam nix mit der gleichen fähigkeit also mit der vier hier zum beispiel ablust die energie das geht gut zu wissen bis gleich beim einkaufen nein viel spaß beim einkaufen warum verlässt du die gruppe also das war nicht ordentlich hin viele raten randoms randoms ja nee was sind denn die randoms? die rennen rum, genau wie ich der mirage war gerade entspannter oder wie passiert es jetzt mehr? Es ist nicht mehr so ein Töne, ich muss die Dinge im Starten holen. Echt, echt. Geil! Ich kann Freya gleich machen, wenn er bochtet. Mach doch deine drei, meine Kleine! Ich muss noch eine Protea-Opfer an. Ich muss noch eine Protea, dann Farm. Das war so anstrengende Farm, ne? War doch so. Ich pack einfach meine Grünbein. Gugeln, Gugeln, Gugeln! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich hab mich gefreut! Aber es ist ein Schatzi! Ein Schatzi! Oh, Bäh! Gib, oh, Bäh! Gib, oh, Bäh! Gib, oh, das Bäh! Ich habe mich gefreut, dass du das Studium kannst, Hunter! Halt, meine Freunde! Oh, fuck you! Oh, nö! Ich hasse das! Kann ich nicht Horst sein? Warum? Warum? Ah! Ah! Haunted DX Level kommt jetzt nur noch mit. Oh, fuck, wir sind noch zu weit. Oh, das wird jetzt echt spaßig. Hast du mir meine Energie gemacht durch die Haustimmigration? So? Oh, yeah! Scheiße! Ich bin nicht gemodelt. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Ich bin echt unbrauchbar, wenn ich keine Energie habe. Oh! Das ist so viel Schaden! Oh! Ah! Hinten! Ich lasse mal eine Blume hinlegen, damit ich mir mehr... Was ist das jetzt passiert? Lass mich das machen! Nein, ich wollte doch mal rüber rein! Weißt du, der kommt? Der kommt, der kommt! Oh, kacke Heel, das ist gut! Was ist das? Die werden nicht so rumlaufen! Das ist mein Operator-Stecker, also den Charakter! Ahaha! Sind das seine, oder sind das unsere Gegner? Was ist das jetzt? Ich glaub, wir sind unsere... Quellen verwirrt! So zähnt! So zähnt! Okay... Mein Freund fällt nicht! Der war tot und ich hab ihn nicht hochgehoben! Oh fuck, warum hab ich das nicht gesehen? Oh Mann! Das schaff ich eh nicht! Das schaff ich eh nicht! Lüftgelikt! Ein Lüftgelikt! Nö, ich will nicht gehen! Das kann es vergessen, das schaff ich gehen! Lüftgelikt! Ja, das war doch A! Ja, das war doch A! Ja, das war doch A! Und A war zwei... Ah, doch A! Hier ist auch A! Das ist ein kreisliche Gegner! Aaaaaaah! Haha! Okay... Hunter! This sanctuary will go on without you! Das R2... Aua! Das R2 hat auch 9,7... Eine neunprozentige Chance! Aber da ist halt... Nee! Was heißt das? Was heißt das? Was ist das für ein Zeichen? Ich hab Windows. Was bist du? Was heißt das? Nidus Tenora Prime Revenant... So... 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 I... Fand my Cora so bad! Ba-ba-ba-ba! Games on! Okeydokey-do! Ah, hier ist eine Mirage bei. Ja, 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 Mirage. Oh, bin ich bei 100%. 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ich bin auch gleich noch was. Wenn Helios schützen. Oh, der mein Helios. Oh, der mein Helios. Ich hätte wieder modden können und hab's nicht getan, weil ich doof bin. Nächstes Mal könnte ich ja auch selber eine Mirage spielen, aber meiner ist nicht so geil. Ich hab's in Mirage Prime, ja, ne? Muss ich mir in Mirage Prime halt verlegen, wenn ich das nicht mache. Ich glaub, die waren immer besser, die Prime-Teile, ne? Primeys. Einattes Mal. In der Kurse. Boop, was ich da hier? Ah, aha. Wow, wow, wow. immer sehr ungeduldig also sehr sehr ungeduldig wenn es um nachladen geht ich hasse, dass er nicht warten muss ich weiß ja nicht, weil das ist ja schlimmer und das auch nicht nur, dass er nicht nur im Kopf hat Das sieht doch viel versprechend aus. Ja, das ist die Lese. Ja, die Flummi ist ein Level. Ich finde es vollständig. Das ist so cool. Das ist die Lese. Das ist die Lese. Ich habe eine neue Datenbank geöffnet. Proceeds sofort. Mit jeder Datenkontrolle, den Experimenten des Designs dictatet die Effizienz erhöht. Ich glaube, Sie werden das Studium erreichen. Ich habe pro Karte immer wieder eine neue Energie, weil ich kann den vielleicht doch bei 400. Ich glaube, ich muss irgendwie meinen Mana-Intake-Austake regulieren, das geht ja gar nicht. Wenn sie sich stark schlucken, die Viecher. Ich kann ein bisschen Mana suchen. Mana 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 Mana. Mana Mana Mana. Batee batee manamana Batee batee manamana Batee manamana Batee manamana Para ver Siga Silencio Semana fatiga No Heigent Mis Más Junker Ich kann nicht. Aber so kann ich meine Flummi-Mutte. Einfach alles laufen. Ab zur Flummi-Modellierung. Oh Gott, in der Ecke. Lalalala Flummi. Was hab ich jetzt nochmal gemacht? Ich hab spolarisiert. War das gut? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte die tolle Klammer drauf. Ich bin gestalt. Kritische Chancen. Flächenbrennt geht auch geil, aber ich kann ihn nicht mehr reintun. So. Jetzt hab ich neu. Zerfetzen. Beirate Bögenschaften. Ach, ich könnte das, ich könnte Einkerbung eigentlich hochziehen, ne? Lass uns das mal gucken. Einkerbung. Ja. Äh, drei Punkte. Das sind vierzehner. Und dann? 165 Schaden. Ja, ja. Das ist nochmal ein Rubikow. Achso. Tu es einfach. Ja, ich bin mir sicher. Schmeiß drauf. Schmeiß drauf die anderen Waffen. Ich will sie in meiner Flummi. 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 Da brauchst du mal sieben. Perfekto. Ähm. Flächenbrand. Gitteralte Kammel. Stopp-Stator. Faktisches Nachladen. Hm. Hat die Waffen Rückstoß? Ich weiß nicht. Äh. Wie nochmal? Äh. Ich müsste die theoretisch nochmal fragen, wenn man das Liga macht. Ähm. Metallbohrer. Adlerauge. Was haben wir denn auch alles? Wieso schickes Ding ist? Unsinn. Überblick. Komm mal ganz hin. Brauche ich nicht. Schweigen. Mach keinen Sinn, ne? Die lädt sich ja selber. Auf. Also macht das Nachlade-Geschwindigkeitszeug doch gar keinen Sinn. Richtig? Ich hab einfach schon nachladen. Zeig mal. Schnelle Hände. Ähm. Macht nix. Okay. Macht gar nichts. Freirate. Geschwindigkeit haben wir. Schnaht. Schnaht. geometry. Ich hab hier. Dann hab ich schon ein. Schnitt. Schnitt. vistae Hände. Schnitt. Schnitt. Elektrizität und Kälte gleich mag. Spiritismus. Hmm. Why not. Dann. Das doch. Ah, doch. ja gut der kann man es war kurz ich habe mir was kannst du nicht so kann es gar nicht perfekt erhöhlung für sich ich habe das wäre ganz gut bei ihr oder ich finde das nicht gut fähigkeiten stärke finde ich gut das ist auch super ausdehnung klingt gut maximale energie klingt noch besser jetzt haben wir noch drei oh nein ich will alles da drin haben 3 abzug habe ich noch also ein flamme rein wenn das ist ja blöd stärke wieder flamme reift ich will keine wandhalterung wirklich gerne schaden haben das heißt nicht feuer das heißt wie heißt es noch mal jetzt kälte macht das überhaupt Sinn was ich gerade versuche zu machen aber nicht aber wir versuchen jetzt einfach irgendwas kurz ruhe das ist ein auras ok neben das noch rein damit ich versuche mich mal wel put together operator now get out there and cut down the and make the lotus proud hoffe ich hoffe wir sind wir noch hin Syndikat bitte. Syndikat bitte? Einmal bitte ein Syndikat? Nein. Ich möchte nicht, dass mein Stuhl... Ach komm! War eine Kurarbeit. Ah, wir wurden rausgeschmissen. Go, 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 go! Jetzt. Jetzt bleibt mein Rücken auch gerade. Schon hat der Typ... Schon wieder hat er mir jemand verlassen. Oh mein Gott, why? Die haben mich auch eh gefreut. Nee, das ist nicht die Mirage, die das macht, oder? Die Energie benötigt? Oh, ich hab all meine Energie einfach rausgeschmissen. Meine Flumi macht jetzt wieder richtig schön viel Schaden. Das steckt so wieder. Das war das. Ja, die 2. Boah, meine hat Abklingzeit ein bisschen. Geht nicht mehr. Scheiße! Geht nicht mehr. Ich bin keine Wudumerat, scheiße! Ich bin kaum schade für mich. Oh Mann! Ich glaube, der geht nicht rein. Das bringt auch nichts. Ich bin nicht gut mit Ihrer Arsstraße. Das kann man vergessen. Dann mache ich gleich meine Keimis hin, damit ich ein bisschen Erfolg habe heute. Warum kann ich mir in die Hände lehnen? Ich habe das geblockt! Ich weiß. Kann ich irgendwelche Frames alleine kriegen? Oder hat irgendwer ein Bock? In einer Welt wie dieser kann es schwer zu haben. Mirage müsste auch verfüttert werden. Ich bin jetzt mit mir Arschprime. Ich weiß, jetzt werde ich gerade klein. Ja, jetzt mit mir Arschprime. Ah, ah, ah. Teer, Beiner, zwei Zeile. Ei, 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 das ist alles. Ach, hei, hei, hei. Ich weiß. So, ich weiß, was brauche ich denn für dich? Ähm, mal kurz mal eine kleine Brute hier rausholen. Wukong. 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 Brauche ich noch Plastin und Argon-Kristalle? Polymerbündel und das? Okay, wo kommen wir es nicht? extraordin reiner ab ich schon fertig ja kommen wir sagen denn da brauche ich nicht mehr bauen die habe ich müsste ich noch einfach damit ich schon mal fertig hergestellt habe mir reich ich will gerade wenig wenig machen haben war bekommt gar oder her hilfe ich bin verwirrt ich brauche noch ein volt kopf war das nicht so in den seiren systeme wo kriege ich siren systeme her siren systeme siren systeme expected 4 kills was ist das was bett nah fehler detail ich habe gerade echt keinen faden und irgendwie ja ich mache jetzt aber karl karl ist glaube ich ein bisschen belohnen da ja belohnen da nenne ich jetzt mal so im moment bin ich einfach nur gefrustet weil es nicht klappt das ist ja einfach kann man ja verstehen und dann gehen die leute auch immer vor den richtigen dingen raus und alleine kriegt das eh noch nicht hin so stark bin ich noch nicht deswegen gehen wir jetzt mal zu unserem so im lieben karl 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 und kalti müsste ich nämlich auch einmal haben also die könnte ich mir schon kaufen sagt hätte ich das geld ach so das lager ja kein ding es ist auch irgendwie ich mag nicht so grande sachen aber es ist unsterblich unerbittlich durch schön ich nicht hin wie sie es finde und besiege sparen und mal gucken hatte fünf leute ich höre schalte beutekisten mit fast 4 stück blündere beschädigte klopfer teile okay wir versuchen alles jetzt ich gucke mich noch nicht um Ich versuche alles zu sehen. Hier liegt schon mal jemand, aber das freut mich nicht. Das geht nicht. Runter. Die Ecke haben wir noch nicht geguckt. Da gucken wir doch noch. Keine Leute zu retten. Zeig dir die auch wieder an. Vielleicht zeigt er dir ja an, wie letztes Mal und dann weiß ich wo ich lang muss. Achja, da wir jetzt die. Entschuldigung. Was hat die Shit? Die sind ja Freunde. Ich muss hier so in die Ecken. Was hat der gehört, ne? Ah. Kann ich dich ausmachen? Schade. Das hat ein Handsymbol geklickt. Vielleicht bringt das ja schon mal was. Hier liegt was rum. Und nicht das, was man braucht. Okay. Wie kommt unser Freund jetzt uns entgegen? Oh mein Gott. Ich muss mich jetzt durch den Griffen kennenlernen. Wie kann ich das natürlich? Wo ist das? Ich habe das. Ich habe ja schon mal die Augen deswegen geholfen. Ich kieke! Ich kieke! Ich kieke! Ich kieke! Ich kieke! Wie gesagt, ich bin nicht da. Da ist irgendwie so ein Ding da. Wie gesagt, ich bin nicht da. Kann er mit mir gehen? Jeet! 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 Sales Mission? Was? Ja, nee, nicht! Irgendwas gemacht? Da ist wieder so ein Dingensbumsie. Kann ich damit nicht interagieren? Nein! Ich kann da nicht mit interagieren, was unter mir war. Für mich auch nicht. Okay. Drei. Ich will schon mal schnell runter. War doch... Genau da. Es war von drei schon. Da müssen wir... Oh! Ich brauche immer nur diese Chipper oder diese komischen... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass der nicht offen ist. Na gut, dann ist der nicht offen. Was für ein Drak. Du bist also immer mit Judgment, okay. Noch ein Passwort. D. Haben wir das nur für das Passwort? Nein. Dann umgucken. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Passwort da wird. Die Tür haben wir jetzt geöffnet? Haben wir drei Passwörter gefunden? Sind noch eins. Möchte ich noch nicht lang. Sind sie noch nicht durch? Lass uns mal bitte in die andere Richtung gucken. Der ist sehr freundlich. Jetzt mal ein anderer? Danke. Der hängt fest, oder? Ich bin gerade von mir hergelaufen und der hat mich nicht gesehen. Ich glaube, er ist kaputt. Ich bin so blind. Ich bin so blind manchmal. Oder, da liegt das. Was ist das? Gehe ich auch nicht. Why don't I get it? Da kommen wir. Ja, ja. Doch, so weit genug. Das ist gut, ne? Was ist denn da in der Ecke? Warum kann ich da auch bleiben? Ich hoffe, das ist nicht der richtige, richtige Weg. Warte. Wie war das nochmal? Ich habe voll auf sich drauf geschwommen, obwohl ich dich doch gar nicht tötete. Hab ich den getötet? Nö, ne? Oh, ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Hä? Ich habe ihn erst mal kaputt gehauen. Oh, tut mir leid, Freund. Stimmt. Ah, und dann das da, ne? Genau. Was ist denn hier denn jetzt gelandet? Ja, wir retten noch ein paar von euch. Uh, Käfig. Oh, ich habe Spacke von... Also dich muss ich besiegen, sagt das Spiel. Ja. A good brother. Ja. 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 Du hast dich selbst als Bates, aber du würdest mich das machen. Oh, ich bringe dich zurück! Oh, das war's. Ah, hier. Willst du das bitte tun, Karl? Kali! Äh, andere Kali. Ja. 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 Jetzt ist die Chance, die Drone. Das ist die Grund. Das ist die Grund. Ja. Ja. Ah! Ah.. Base planting Base planting vá é só Karl ist Retter der Welt. Wir haben es schon aufgemacht. Oh, das war eng! Wir brauchen noch ein Passwort, drei Leute und ein Passwort. Drei Leute und ein Passwort. Und da liegt was gut. Drei Leute und ein Passwort. 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 Bis jetzt wurden wir noch nicht verschleiert oder verstört. Aber wir brauchen noch den Sünderer. So ein großes Ding sein. Das kann man nicht gut. Sollte man nicht übersehen können. Er kann nicht hochhüpfen. Schade. Mein Bein ist gerade eingeschlafen gewesen und wacht gerade wieder auf. Es kribbelt als wie die Hölle. 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 Ich habe noch keine Bünderteile. Ich hasse es, dass mein Bein gerade aufwacht. Schlaft auch weiter. Mir nicht weh. Vielleicht mitten drin in diesem Kampfquiet. Da geht es nicht lang. Da ging es rein, aber da war glaube ich nichts drin. Hier sind wir einfach nur durchgelaufen. Durch und zurück. Okay, nochmal da in die Richtung. Alles untersuchen. Hätten ist so eine komische Ecke. Schade. Gut, dann laufen wir in die andere Richtung. Kannst du dich heilen? Heilig. Geht das nicht? Kann der sich nicht halten? Oh. Waren wir hier drin? Oder? Ich glaube, da waren wir. Gut. Sind sie wieder Resettes? Jawoll. Ich bin trotzdem an die vorbei. Ist das in Ordnung für dich? Sind Thalys? Oder Brüderchen? Wie er sich gesträubt hat, die Schwester zu retten? Nö. Aber vielleicht finde ich... Er hat sich nicht komplett gesträubt, aber... Er sagt wirklich nicht. Oh, da liegt... Ja, it's... Okay, time. Da ist grün. Okay. Hm. Okay. Okay, einfach kämpfen. Scheiße, ich freue mich nicht, die wollen wir nicht töten. Ich muss den Zweihauf aufschmeißen und den dann überreden. Du wärst mir! Die zählen nicht. So, noch drei Leute von Osterion, also von der Erde und dann noch ein paar Spuren. Wir gehen jetzt! Kahlsbild fütte den anderen Kahl noch nicht, der ist noch nicht fertig. Okay, die müssen doch erst entmaskieren! Wir gehen jetzt mit einem Spuren. Hä? Das ist der Schleier, wollte gerade nicht. Das ist der Schleier. Das ist der Schleier. Das ist der Schleier. Ich bin Kat. Das ist der Schleier. Das war's für heute. Egal ob ich durchwende oder nicht, ich kriege den. Das war's für heute. Deku, 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 Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, 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 Deku. Deku, 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 Deku. Deku, Deku, Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku. Deku, Deku. Deku, Deku. Deku. Deku, Deku. alle die 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 das Was ist das da? Das ist mein Vater. What are you doing? Man muss es schirm. Telefonnummer Call bring every. Und da? Lüte! Hm. Hm. Oh, he's not down. Oh, shit. Au, 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 au. Haare im Kleberzeug. Wir haben überall dieses Zeichen. Warte. Okay. Ich will jetzt mal kurz gucken, weil wir das deaktiviert haben. Ist das andere jetzt wieder an? Gerade beim letzten Mal so, dass das dann auf der anderen Seite angegangen ist, aufgegangen ist oder zugegangen ist. Wenn man das anlernen könnte. Ewisch schneller hinrennen dauert ja nicht ewig, ne? Ja. Einmal fliegen. 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 Könnt ihr da heilen oder geht das nicht? Fliegen. 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 Da, anwaschen wir mal. Ach, das ist die Kamera gewesen, die auch der ist eigentlich. Was ist das? Ja, das ist die Kamera gewesen. Das war's für heute. 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 Aber was war denn dann jetzt da hinten? Warte. Geh mir eine Sekunde. Was war denn das Grüne? Was war das Grüne da hinten? Da ist ja recht schnell im Rennen, ansonsten wird ja nicht lange dauern. Mal gucken. Also ist das kind. Wirklich. Das ist allesما. Ich werde das wiederseit erlich mit tun. Wirklich Perché er declared kweh dass herv Amen. Hier waren wir doch auf jeden Fall. Ja, hier waren wir definitiv. Oh, hier waren wir. Oh mein Gott! Hab ich den echt übersehen? Scheiße, ich hink fest. Ich hab echt den auf der anderen Seite übersehen. Gut, dass ich doch nochmal zurückgegangen bin, einfach weil ich gedacht hab, da war ich noch nicht. Okay. Das ist so hart. Mir klingelt, das nervt mich so, dieses Klingeln, das für mich hier muss ein Schatz sein und dann ist hier kein Schatz drin, macht mich das aufgeregt? Ah! Okay. Wir haben einen Typ nicht. Einen. 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 Einen Ecken, ja! Wo ist denn her? Okay, bringen wir weiter. Dann gehen wir jetzt da hin und haben jetzt die neue Feuerwaffe. Die macht schön Bum-Bum. Die Augen aufhalten. Jetzt werde ich Paranoid, jetzt denke ich, hm, haben wir vielleicht noch da drin was übersehen. Obwohl es nicht übernehmbar wäre, weil es da ziemlich klein ist, der Ort. Glitzer hat halt. Dieses Glitzer, was ich meine, ist dieses chillern. Ich bin ganz wie der Geklimpere. Von diesem Kist. Das ist ja nicht so. Okay. Nicht runterfallen. Ich glaube, ich kriege euch dann nicht wieder. Okay, wir waren da links schon. Da ist die Brücke. Da wollen wir vielleicht nicht lang. Wir wollen uns mit ausruhen. Um nichts zu verpassen, wollen wir ausruhen. Da oben ist das Mühe. Keine Ahnung, was das ist. Schade, dass sie werden fisten mit Menschen drin. Da habe ich mich wohl getäuscht. Was muss ich jetzt immer? Ach, warte. Da gibt es nicht die Wahrheit. Ich bin ein Worter, was muss ich jetzt durch. Ich glaube, ich bin ein W弱 fern. Ich bin ein Worter. Oh, das ist's ein Worter. Bekämpfen. Okay. Doch. Mal gucken. Gucken ist wichtig. Ja, dann doch ein. Und schließe das Lager auf. Auch immer das Lager ist. Wir gehen erstmal rechts rum. Und schließe das Lager. Und schließe das Lager. Und schließe das Lager. Karsch, auf! Die Kücher hier töten, die Nerven! Kack, Kücher! Ich bin die anderen ausrottet. Ne, und weiter. Die sagt dir irgendwas von... Dingern schon, Bums, wer ist das hier? Waffen! Waffen, Bums! Waffen, Bums! Ich kann nicht behalten! In der Mitte da. Wo ist das Rassisten-Kur? Wo ist das Rassisten-Kur da? Warte, klar. Erstmal müssen wir das Ding da... Okay, jetzt kann ich das Rassisten-Kur. Da, da, da. Da, da, da... Waaah! Was ist denn? Was ist der? Aber ihr seid schon scheiße manchmal, ne? Ah! Ah! Kaka! Nicht so, was ich? Ah! Ah! Was ist der? Was ist der? Was ist der? Was ist der? Lasst euch halt töten! Ich treffe den so nicht, ne? Wo ist denn da? Und der könnte ich... Wo noch nicht? Jetzt haben wir dich! Jetzt nehmen wir... Woh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wo schießt er jetzt alle über drauf die ganzen waren da ist auch wieder aus ist das das lager ja wäre das lager geöffnet okay es fehlt mir noch ein mensch vielleicht nein ich den menschen dann übersehen ist der letzte mensch der letzte mensch der uns das ende ende in der gelände er ist fast alles hier kriegt okay und die klopferteile finde ich nicht finde zusätzliche körperteile liegt er da vielleicht noch wenn ich ihn noch künder war juna ein fußnasser da ist gerade der hardcore pupser drin ich habe vorhin joghurt truppe ich sehe gerade das ist das für auslöser für den truppsattacken Hier war ich dann und da war nichts, ne? Na dann, hier hat er null! Die war cool, die werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal besorgen. Mit dem Lich. Mit dem Lich, mit dem Lich, mit dem Lich, mit dem Lich. Wir haben einen Down! Wo bist du? Wo bist du? Da! Da! Der erste hätte gestorben. Kommt der jetzt unendlich hier? Na nicht. Wo hab ich einen Menschen übersehen? Ich geh grad drüber, das war tierisch auf dem Sack. Ich bin da! Da geht's raus! Da geht's raus! Liegt der hier noch? So hoch? Da hab ich jetzt die Chance zum Bünder verpasst. Wenn der jetzt nicht mehr rumliegt. Wo haben wir denn eigentlich besiegt? Was ist das? Was? Oh da! Was geht da? Da sieht's aus! Ich versuche grad echt noch das letzte Teil und so zu finden. Oder die Tiefen zum Plündern. Ja, in der Mitte war ich gar nicht drauf, oder? Ja, ich glaube, der ist weg, den kriege ich nicht mehr. Das ist schade. Das ist schade. Was mach ich weg? Natürlich mach ich weg weg. Ich suche auch was. So hoch und so hoch habe ich viele nicht. Den habe ich ja hier gefunden. Heißt aber nicht, dass der noch da liegt. Oder noch einer da rumliegt. Theoretisch müsste er hier dann noch eine Geisel rumgammeln. Wo könnte hier noch eine Geisel rumliegen? Wo ist denn? Oh. Das war's. Aber sie schießen da doch Kann hier rum Warte da Können wir die noch mal finden Nö Manchmal verstehe ich nicht, was die meinen Ich weiß, dass ich jetzt durch die Kinder die Leute suchen muss, das verstehe ich Aber wie finde ich denn in den letzten Plünderbahnen Ich bin komplett übersehen Lagt da noch einer rum am Anfang wahrscheinlich Oh mein Gott Macht sie es? Macht sie es? Ja, sie macht Natürlich macht sie das Das ist doch wieder klopft Macht sie mal Bei mir fehlt nur noch einer Von den Menschen Es ist besonders ärgerlich immer Wenn eine Person fehlte Ein Teilchen Das ist so irre machen Eine Mama Ich dachte das ist wie einer Von den komischen Dingern Das ich gerade versiegt habe Jetzt sind wir doch rumgerannt Stremd Hier rumgerannt Hier rumgerannt Ich will das Haben Ich will das Haben Warum ist das Aufgedeckt? Ist das nicht Hier war ich nicht Nummer 5 Warte Warte nochmal Da ist das alte Ding Ja, 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 ja Alles 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 hingekriegt Oder? Oh mein Gott Wir haben alles hingekriegt Auf nach Hause Das war der andere grüne Fall Ich wusste doch da irgendwo wo war was Ich versuche so schnell wir möchten nach Hause zu kriegen Meine erste Karmission wo ich alles hingekriegt habe Juhu Das ist auch die zweite Karmission die ich je gemacht habe Aber hey Man darf auch ein bisschen stolz sein Stolz Auf die Uhr 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 Finde Auf die Uhr Auf die Uhr nur immer in jedem das würde ich nur schreiben so gut ich habe eine stunde dafür aber man muss ja auch gründlich sein ich lager am level haben wir denn jetzt hat es sich gelohnt eine stunde kann ich noch mal die anderen machen die ich verkackt habe letztes mal letzte woche oder geht das nicht die alte können wir nicht noch mal machen schade ach und ack und fluss durch die kältefähigkeit pötet werden haben nebel des krieges gesundheit fähigkeiten die hitze schaden verursachen werden doppelt angewendet aufstehung fähigkeiten ladida kann ich noch mal karl gestalten das sieht schäbig aus karl das hat was samuraises das lassen wir drauf ja karl wunderschön wie viel besser oder neun gekriegt uuuhh look at this bling bling überhaupt nicht schäbig mein freund ach guck mal ich habe mich für rec entschieden rec gefällt mir anscheinend was ist denn hier der reckel der sieht so silber aus das rekt visier aber das ist ein original das wäre der reparierte reckel sozusagen oder jetzt ein bisschen länger direkt nehmen wir jetzt mal das so was machen wir da wäre karl und suche karl und seine brüder ich sehe aber keine brüder ich würde so gerne die leite sind ich gesammelt habe kann ich das hier dekorieren ausstattung neun neun ja das ist alles so ein bisschen blöd oder ich kann mal kurz auf meinen ord ich werde nur müde ich kann das auch hier in meinem inventar nachgucken habe ich aber was ist kura ok ich hätte hier einmal die neuropstik laupause laupause ich hätte theoretisch die chance die einmal zu kriegen wenn ich wirklich wirklich viel glück hätte wirklich unglaublich viel glück müsste ich dann aber haben war das auch bei relikt ne es war bei heide nein hier ja heile teile 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 bronkoblaupausen haben wir möchte ich noch bronkoteile warum sehen die deathcube teile eigentlich aus wie ein optik chassi und system das ist verbrauchend krummer nieders ich dachte gerade tausend karten ist ja krass ähm nova ich habe keine ahnung vielleicht nova könnte man denn noch machen die sachen die ich ja machen wollte die gehen nicht weil ich die nicht wirklich alleine hängen kriege und ja ja was ist das denn das große füttern okay ob es zahl sariman ob es toll wo ich weiß ich nicht was das ist flur ok ohne zerstörten neckermess mich mit neckermess 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 kann ich mal reden mhm 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 zu was wollte ich eigentlich wollte einmal den helmen füttern ich glaube das meinen die aber mit einer russrose also normal ja 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 very disgusting oh ich habe schon vielen ok bei brauche ich achte ja was ist denn dann wenigstens ein klacks 6.000 willst du doch ja nein warte zurück nochmal füttern ich wollte ihm nicht 100 geben ich wollte ihm nur 50 geben im eck ich guck 35 das wäre voll viel voll viel voll viel 10 klar du kriegst 10 kalium äh tellium äh tellium hellurium von mir im leben nicht warum will er immer so viel nicht jetzt noch bad vor wenn sich jetzt erstmal füttern mal gucken aber da ist schon freigeschalten von dem morphe ich habe jetzt zehn warframen slots frei ok ich finde schön dass er so nebeneffekte hat auch für mich mal alle nehmen nicht meine ich es hat aber habe ich eigentlich die husse ne sonst könnte ich ja wählen nora no 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 halb papers kaum zum ende waren doch ja und auch echt relativ einfache aufgaben strahlungs schaden ich immer gleich wie wir strahlungs schaden macht meine waffen aufträger der sarimann klingt voll schwierig wahrscheinlich engeljagen und sowas was könnte man denn noch machen ich habe mein ziel verloren deswegen bin ich ein bisschen wuselig und hin und her und hat überhaupt keine ahnung was ich machen soll aber ich habe nie die ein bisschen arschig aber es tut mir leid es bin ich arschig aber ich habe jetzt gerade irgendwie kein richtiges ziel mehr in warframe heute die sachen die ich machen wollte haben ja nicht geklappt alleine vielleicht sind nächstes mal ja noch ein paar leute da die dann bock haben irgendwas zu machen ich bin jetzt entschuldigt das mache ich jetzt ja dann ja ansehen fahren und stufen aufsteigen ja das wollte ich auch machen und alleine geht das so gar nicht ich bin einfach so schwach für alles ich wollte ja schon wieder noch mal hera versuchen ich wollte kora versuchen eigentlich würde ich jetzt noch 50 stream bin mir halt nicht sicher ob jemand gerade bock hat schiedsgericht ja schiedsgericht kann ich auch nicht alleine machen da müsste man schon sagen hey wer bock hat muss sollte sich jetzt melden und können wir schiedsgericht machen aber ich habe kann schiedsgericht nicht machen wenn ich alleine ist dann kann ich kann ich mir selber knicken ja ich habe viel vor ich kann viel machen aber nicht alleine das ist ja das ist das mein problem ich kann die ganzen sachen nicht alleine machen leider und ich habe jetzt gerade niemanden der gerade zeit hat noch nö es hat sich geändert davor vorhin dinge wo der war davor hin schade wenn du möchtest auch nicht gern können wir die gerne machen das hätte ich versuche also da weiß ich dass ich die irgendwie auch mit den ganzen öffentlichen typisch machen könnte denn die will ja jeder haben aber zum beispiel da ist keiner der öffentlich macht die kora fahren gegen gerade auch überhaupt nicht okay dann warte ich wie gesagt die kora fahren ging nicht weil die leute ich bin schlecht allein ist weiß ich auch ich komme ich meine war für mich kann alleine spielen das weiß ich auch aber wenn man dann versucht wird randoms zu spielen die rennen und nicht antworten wenn man fragt hey bis runde acht und die dann alle aus raus troppen und du bist dann alleine in runde sie vier oder so kommst du bei bei beim beim sephalon ja auch nicht weiter hier bei sanctuary ich glaube ich auch zu einer blöden zeit wo noch nicht so viele leute da sind und bock haben müsste das ja das finde ich cool dann habe ich ja ein englischen und eigentlich und akzeptiere hallo ja wie gesagt ich glaube ich habe immer doofen ich glaube die leute werden erst um 19 uhr so oder 18 uhr so bock mäßig unterwegs sind also dinge komische dinge passieren hier wieder schon mal angenommen ok gerne alles machen also auch gerne gerne ganz gerne diese die 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 wasser alarmierungen dann haben wir die auch schon habe ich die auch schon ich weiß nicht was man machen ausgrabung über acht da steht er warte noch auf dein frauchen dann können wir also ich die ich glaube du hast du ja die gruppe jetzt dann kannst du an machen wenn es ausmachung ist aber ich kann jetzt mal eins anklicken ich bin schön dass ihr da seid und freut mich aber ich habe auch gerade eine stunde in karl mission verbracht huiuiuiui aber dafür alles geschafft bei der zweiten karl mission und das finde ich gut weil die erste karl mission ist ja vorbei und ja wir hier in search of lost artefacts and items very deep below the surface the scanner has picked up a target go to the dig site ok batterien brauchen wir ne batterien excavator deployed protect the unit while it extracts the art lag das schon? wow ist halt so schnell und das macht auch spaß mit leuten die 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 mit einem reden ja muss man auch sagen oder schreiben irgendwie wenn ich gerade einen mit der batterie und wir haben eine mir wasch liegen da vielleicht batterie es sollte mal auf hat aber hier sind welche links bei und wasch und ich und sonst ich muss mal ich schon mal in die richtung so schnell kann auch gerne mit ich schreibe mit caps noch mal dann kann ich euch runterziehen weit in dem seien rum seit stil weil ich nicht auf wenn es auch herrlich wenn ihr schreiben möchte ich liebe es wenn man kommuniziert heute ist eine schwierige sprache hat ihn hau hau mit einem Blick auf den Despairz oh ja, er loopt, er loopt er loopt ich schütze den Engel hier liegt so viel Mana oh, hier liegt so viel Mana ich meine Energie Niki rumflopfen und da ist ein Niki Moment Moment ich muss ihn nur wunderscrollen Hallo Hallöchen Hi Ja, man redet Ja Entschuldigung Es ist aber auch einfacher, dann Niki, was zu sagen Renn dahin oder Boah Ja, richtig Richtig Kann sein, dass du dann das Onkelchen nebenbei bisschen hörst Alles gut Sonst hätte ich auch gesagt, ich kann auch gerne mit reinkommen Den hört man sowieso über mein Mikro Okay Praktisch Braucht man nur ein Mikro Ja Ah, herrlich Und danke, dass ihr nochmal nochmal hält, weil ihr habt ja schon mal gehofft Kein Thema Immer gerne Es ist ja irgendwie wirklich so, ich fange um 16 Uhr an da ist kaum einer dabei, der spielen möchte Und dann denkst du so Hm Hm Ja Also Ich schätze mal, wir wären auch eher da gewesen Mhm Und Ja Dann war das etwas blöd Aber Jetzt sind wir ja auch da Können die mich achten Aber ein bisschen lachen Ich bin halt Haup Ah, ich glaube mein Mikro ist sowieso relativ leise Ja Alles gut, jetzt habe ich dich einfach lauter gemacht, dann höre ich dich auch Ich bin halt alt, was soll ich sagen Und das Schießen ist auch noch laut, ne? Also man Ja, das stimmt Ich habe mein Spiel hier schon leiser gemacht Ja Ja Äh Ja Muss immer so lange warten auf die Dinger, ne? Ach Wenn zehn Sekunden Ewigkeit wird Das ist Und das sollte ich mir endlich mitnehmen, diese Platten Vergess das immer Habe ich aber auch Ich habe ewig gebraucht, ey, warte Ja Ich krieg mal so So, ey, du solltest sie mitnehmen Ey, du solltest Nimm die endlich mit Von, äh, Freunden, die das auch spielen Wenn ich immer sage Oh, ich habe keine Energie Oh, scheiße Keine Energie Ja Ja Ich habe auch Ständig Ja Irgendwann hat man es drinnen Aber ich vergesse sie dann wiederum, dass ich sie drinnen habe Und dann Nicht mein Einsatz Ja, ja Äh, mein Hirn sagt, hier bin ich falsch Ähm Ich brauche eine Karte Moment Keep it powered and protected from enemy fire Oh Gott, wo bin ich denn? Komplett aus der falsche, äh, in der falschen Richtung Oh je Warte, jetzt habe ich mich irgendwo hingebackt Bin ich auch gut Hoffentlich, äh, hattet ihr einen schönen Tag bis jetzt Und auch nachher Und immer noch Einigermaßen Einigermaßen Ha Ja Wo war Deiner? Ganz gut Ich habe endlich, äh, sozusagen das Arbeitszeugnis bekommen Ich habe ja gekündigt, weil ich, äh, psychisch da nicht klarkam in meiner Stelle Das war, ne? Ich kenn das, also Ja, und, äh Ich habe keine Kopfschmerzen mehr, keine Rückenschmerzen mehr Das waren meine Symptome, so, die ganze Zeit Kopfschmerzen Jeden Tag Kopfschmerzen Jeden Tag Kopfschmerzen Auch wenn man so gedacht hat, ja, das ist eine Eingewöhnungszeit Nein, nein, nein So, nein Und jetzt sind sie endlich weg Ja, wenn der Körper schon so anfängt, dann weiß man eigentlich, dass die falsche Stelle ist Genau, und das ist endlich weg Einfach weg Ich bin so glücklich Verstehe ich Aber auch doof Weil jetzt muss ich eine neue Stelle suchen Ja, das stimmt, dass es immer etwas mehr ist Aber Irgendwann hat man die Ja, ich hoffe, ich habe bald auch mal Glück und, äh, ja Es hätte auch einfach falsch gewesen, ich bin vielleicht nicht dafür gemacht worden Ich habe, äh, bei Lidl Verkäuferin gemacht Oh Gott, ja Nein Das, äh, ist ja nicht nur Verkäuferin, sondern ja alles Und, ja, ja Ganz ehrlich, ich hatte kein Problem mit den, äh, Kunden Ich war freundlich, bin freundlich Und, ähm, ja Ich glaube, das einzige Problem war, so, die Kollegen Also ein paar waren einfach arschig Und dann einfach alles auf einmal, so dieser Megastress Nicht so, äh, du kannst das lernen in einem halben Jahr Nein, du musst es in einem alles können Mhm Schön Ich habe, ähm, neben der Schule her, äh, war ich bei Netto Und hab dann da meine Ausbildung gemacht Also, ja, es ist, ich weiß nicht, irgendwie liegt das, aber es war ja auch schon Auch immer an den Kollegen Ja Es ist, so, die Arbeit selber macht eigentlich voll Spaß Aber es ist halt alles mit einmal und dann halt die Kollegen noch dazu Ja, und diese, diese tolle Nummer, ne, die muss man dann auch super schnell auswendig können Ja Und dann fragst du die anderen Kollegen, nö, nö, die konnte ich erst in einem halben Jahr alle richtig auswendig Alles, kein Ding, beruhig dich Und die andere Kollegin, die einen anlernen muss, die sagt so, du musst sie jetzt können Warum kannst du die nicht? Und steck dich dann direkt an die Kasse und du musst sofort kassieren Und du darfst nicht langsam machen, weil du musst es ja schnell, schnell, schnell können Und ich mach lieber erst alles langsam, damit ich das verstehe und dann kann ich zwar schneller beschleunigen Aber nein Oder das einsortieren, wenn du noch nicht weißt, wo der ganze Kaladara datschen muss Dann stehst du halt so, ich hab diesen Käse Und dann, ja, dann bist du halt langsamer und dann kriegst du Ärger wieder von der Kollegin Und ja, das ist, ja Ja Verstehe ich Ich hab ne Kollegin, da hab ich, also da war ich den ersten Tag nach der Kassenschulung da Da hat sie mir gemeint, weil ich sie ablösen sollte, dass sie Mittag macht Die so, na wenn du meine Ablöse bist, wie soll ich denn da Mittag machen? Also ganz ehrlich, was denken die sich dabei? Okay, nett So, da hat sie mir so aufgeregt Du machst uns grad so den zweiten Tag, danke Ja, am wenigstens hast du Kassenschulung bekommen Ja, aber das ist bei Netto auch ein bisschen anders, ja Okay Die müssen drauf achten Die haben die Auflagen dazu Ah Das hätten Bidl nicht mehr Hatten sie? Starte einfach Ach, das ist doch der Okay, cool Da haben wir uns sicher, ob das der aufs Glück ist, wo man unten reinspringen musste Ja, kann man Aber ein paar Sekündchen, oh mein Gott, was ist Naja, ein paar Sekündchen machen so ein Spaß Jaaa Das stimmt schon Ich muss auch mal andere Frames leveln und Frames kriegen Ich steh immer mit meiner Putte ja rum So, ja, ich schieß mal hier so rum, lande, lande, lande Glaub ich bis jetzt einer der meistgenutzten Frames Ich hatte da vor der ganze Zeit Yareli auch im Nahkampf Ja, Yareli im Nahkampf Sehr gut, mit ihrer Klingel dann gar nicht so schlecht Ja, weil vor allem der hat ja diesen coolen Kreis und der macht alles kaputt Ja, der macht ja gut damit Ja Ich hatte Hildrin muss ich noch holen und Hydroid Ach, ooooh Alle Einfach alle Looten, looten Ich hab anfangs habe ich mich verweigert neue Frames zu nehmen Und hab erst nur Ember gesteht, dann Ember Prime Und hab halt eigentlich nie jemand anderen stehen wollen Nein, ich gesteht gar und hab Ich glaub mittlerweile zwölf Ja Mir wird immer gesagt, ich soll alle holen, damit ich Master-Level-Dingsbund machen kann Jaaaa Ich bin aber so langsam Das ist echt gut Ich geh halt auch, also ich renne meist durch die ganzen Level Und die anderen so Dann denkst du so Okay Was ist das denn für ein Warte, wer hat denn diese Mega-Range? Was ist das hier? Wie meinst du die? Ich glaub das könnte Onkelchen sein, ne? Ja, das ist ein Quarte Ah Das ist doch der Quarte Ich bin voll gewollt Ich kenne den Warframe ja gar nicht Also ich weiß, dass es den gibt, aber ich weiß nicht, was der Marco fand So Also die Tentakel sind von mir und diese andere Border, die da ist, die ist von Onkelchen Ja Die wahrscheinlich auch schaden machen? Nein, wartet auf mich Was zeigt deine Border an? Was zeigt deine Border an? Diese Umwandlung, die du hier hast Der hat schon wieder so ein Oh Der wird verschoben Oh, der wird schon Einfach mit verschoben Ja, es ist einfach Also in dem Kreis, der hier drumherum ist, wie den macht er erhöhten Damage Ah, okay Das ist praktisch Der Kreis ist nämlich nicht klein Mhm Naja Wo sind denn jetzt noch Monster, die ich auch mal hauen kann? Da Getroffen So bei mir ist dann so, wer lässt das für mich übrig? Für wen kann ich töten? Hier drauf Sehr gut Vielleicht muss ich mir nächstes Mal einfach irgendwelche Themen zurechtlegen, wo ich dann reden kann, wenn ich irgendein Armzeug mache Also irgendwann, ich bin ja hyperaktiv und dann die Konzentration lässt dann auch sehr schnell nach irgendwann Und dann denkt man so, ach ich möchte das machen und das und das und das und dann weiß man gar nicht mehr, was man machen möchte und dann ja Das kann ich nämlich auch sehr gut mich selber verwirren Üben Üben Oder aus dem Konzept bringen Üben Ja, es ist noch sehr wichtig Aber Vielleicht Finden wir ja auch einfach Themen und dann Ja Geht das Genau Ich schieße die Toten weg Totenschändung Ne, Leichenschändung heißt das Oh Gott, ich sehe das Oh Hallo, bin ich Wie viele Wellen sollen Ah, hat lecker Okay Aber lieb das Dinge muss hier die die Frau mal so raus und hat für die die diese Spendenaktion glaube ich war das ja genau so die Spendenaktion Ja, ist schon sehr praktisch Ja Ich glaube, früher musste man hier richtig hardcore farm und jetzt kriegt man sie halt manchmal geschenkt Aber nur wenn man in dem Zeitraum dann halt auch spielt, ne so Ja, natürlich Oh, Erokey Alfred WU Also bei meiner Wegmarkierung irgendwo, da war was? Kann sein, dass ich ihn hab. Sammeln denn deine Zentakeln auch Sachen für dich auf? Nein, leider nicht. Schade. Aber sie machen, weil ich diesen Mod-Trop hab, dass ich eine hundertprozentige doppelte Drop-Stand habe. Ah, okay, dann hätte ich vielleicht auch noch... Okay, dann haben wir halt eine doppelte Drop-Stand. Uh, 200 Legierungsplatten. Ja! Ach, du sammelst die alles auch? Ähm, ja. Mir fehlen, glaub ich, noch 40.000 oder so. Wenn ich jetzt grob schätze. Für dieses Eggman? Für die Katze, ja. Ja, jetzt schade ich mir das Gleiche. Ich stand bei 60.000, die ich noch brauch, und jetzt hab ich so irgendwie zusammen, ich weiß nicht wie. Ja, ich hab jetzt 84, glaub ich, gehabt. Ich schätze einfach immer nur noch 40.000, aber einfach mal so grob geschätzt. Und dann braucht man ja noch mehr für alles andere. Man braucht einfach immer mehr. Ja, das stimmt. Ich glaub nächstes Mal nehm ich Nekros mit, dann hau ich noch ein bisschen mehr Drop-Chance drauf. Ja, das machen wir ein Überleben immer. Dass wir da auch mit Nekros und Gythul reingehen. Vor allem, weil ich halt auf dem Gythul den Mod habe, wo er heilt. Ah, ja stimmt, der stimmt, der heilt ja deiner. Ja, aber ich mein, ich mach ja nicht wirklich viel Schaden, ich renn hier nur rum und versuch, irgendjemanden zu treffen. Also wirklich zu treffen und dann zu treffen. Weil, da! Aha! Ähm. Da kann ich auch immer Nekros mitnehmen, dann nennen, ne? Okay. Ich glaub nicht, so schnell sterb ich mit euch auch nicht. Nee. Ja, das Ding ist, ich, äh, wenn wir zum Beispiel Überleben machen, können wir uns halt da irgendwo hinstellen. Mhm. Äh, dass der ich mich halt... Oh, hier war noch eine. ...drückst du drunter und dann, ähm, überleben halt auch deine Einheiten länger. Stimmt, auch wieder. Ähm, auch... Ja, okay, du bist drunter gegangen. Ja, stimmt. Ähm, da ist wieder eine Orokin-Zelle gedruckt, seit dem, ähm, Wegpunkt nicht her. Ähm. Warte, du? Aus geht da. Geht. Kommt ja bei den Forman-Dingern gleich noch ne, ne... Survival-Möp? Ich bin mir grad nicht sicher. Ja. Äh, für das Umrach-Format ist nicht der Fall wird gemacht. Ich glaube. Ich glaube, das war dafür. Ich weiß nicht. Ich schieße mal die Katze ab, die er eingefangen hat. Oder schieße auf Dinge, die gar nicht da sind. Ja. Ich kann Warframe. Ja. Nicht... wirklich, äh... Also ich weiß nur, dass ich auf alles schießen muss. Mehr so... Ja. mehr so auf Spaß spiele ich dieses Spiel. Ich hab da wirklich keinen ernsten Zweck hinter, so mit extrem krasser Mut-Sache oder sonst was. Ne? Nehmt man dann mit. Ja. Ach, das Wichtigste ist auch einfach, dass man den Spielen Spaß hat. Ja. Also okay. Am Anfang macht's... Also heute hat's auch am Anfang sehr viel Spaß gemacht. Und dann... Prost! Weil's ja dann nicht geklappt hat. Und dann ist wieder blöd. Aber... So ist das halt... Mal... Mal so, mal so, ne? Mhm. Aber dafür hat die, äh... Kaltfest wieder richtig Spaß gemacht. Auch wenn sie eine Stunde gehörert hat. Jetzt geht eine Ohren, wenn's dann irgendwo gebraucht wird. Ach so. Hm. So viele. Irgendwie guckt keiner die ganze Zeit. Okay. Ich markiere sie so gut, wie es geht. Alles gut. Ich hab eh... Ich hab mittlerweile relativ viel... Du hast genug. Genug hat man nie. Ich weiß. Erstmal genug. Für die... Für die ersten. Außer vielleicht von... Uh, ne neue... Aura. Geil. Von... Von dem... Ich hab endlich... Ich hab endlich... Ich hab endlich von Gift getroffen worden. Okay. Ja. Drei Ohrenküsterzellen hab ich gefunden. Ist ja so praktisch, wenn einfach... Wenn man was einsammelt... Für alle einsammelt. Und nicht nur... Ja, nur einer. Ne, sonst... Aber 1900... Wirst du toll? Ja. Ja, ist halt... Ah, Hilfe! Mein Hund? Liegt irgendwo ein Pups da weiter. Ja. Ähm... Wichtige Themen... Sekunde, ich geh mal kurz mein... Geil, Netzwerk reagiert nicht... Nein! Super! Ich komm gleich wieder in eure Gruppe! Ich hab grad laufende Host-Emigration! Oh oh! Mein Internet-Scheiße? Ich weiß es nicht. Ah, da war ich unten reinge... Ich bin ja nicht im... Ja, ich fiel gleich mal woanders hin. Vielleicht ist das dann einfacher. Ich bin ja grad auf diesem Granierpunkt, oder wie man das sagen kann, da wo... Ach ja, Drifter-Camp heißt das, ja. Da bin ich. Jetzt ist er auch rausgeflogen. Aber er ist komplett aus dem Spiel rausgeflogen. Ah, okay. Äh, ich flieg trotzdem mal kurz auf die Erde, damit ich im Schiff bin. Ich bin mich viel... Ja, genau, ich konnte grad nicht beim Spiel beitreten, weil es viel geschlagen ist. Äh, Sekunde, ich mach sofort. Irgendwie hab ich grad gedacht, vielleicht liegt es daran, dass mein Schiff freigeteilt ist. Sehr klug. Ich bin manchmal sehr paranoid. Ach, mein Mod ist heute auch nicht... Das schlingt aber grad allgemein an... Ja, vorhin hat das auch ein Hotfix oder so, ne? Stimmt, ich hatte ja ein Update. Ja, und... Vielleicht muss er ja noch ein Hotfix rausgehauen werden, weil das halt schon wieder nicht funktioniert. Soll ich sonst mal diese zu machen? Uh. Okay, ich wurde rausgeschmissen. Ich auch. Oder möchtest du ein Hotfix machen spielen? Ich kann auch noch eben komplett... Warum sitzt der Excalibur? Ich hab den nicht mehr. Warum sieht mein Schiff so aus? Ich hab das nicht mehr. Oh Gott. Moment. Was passiert hier? No. Hm. Weißt du eigentlich, was das... Also ich weiß, dass das Windows Zeichen Windows bedeutet und das Xbox Zeichen Xbox. Aber was ist das für ein Zeichen mit dem Männchen? Ist auch noch so ein Männchen dabei? Wo ist dein Männchen dabei? Wo ist dein Männchen dabei? Also ich hatte vorhin ein Xbox Spieler, ein ähm... Nee, Quatsch. Ich hatte Windows, Windows und ein Männchen. Okay. Das hat mich dann verwirrt. So, was bist du denn? Wo kommst du denn her? Nein, Überleben. Wie meinst du? Nein, 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 nein. Überleben ist jetzt für die Forma, aber ich hab... Da war wirklich so ein kleines Männchen. Echt? Also hinterm Namen halt. Die haben ja jetzt das Windows Zeichen, weil wir vom PC aus starten, ne? Nee. Gibt's das Spiel eigentlich auch auf Mac? Kriegen die dann so ein Mac Zeichen? Das ist eine solche Frage. Aber ich glaub eher nicht. Weiß ich nicht. Wird die sich nicht so minimiert fühlen, wenn die das Windows Zeichen kriegen? Dann da! Na, ähm... Also mit diesen Männchen meinte, äh... Ich weiß nicht grad, dass der ein... Switch? Hat das gesagt, was Gas bedeutet, oder? Gas? Okay. Aber jetzt... Es gibt ja das Spiel auch noch auf der Switch, ne? Oder gab's das nicht? Ja, gibt's auch auf der Switch. Sind die alle eigene Zeichen? Wegen, äh, jetzt Crossplay-mäßig? Ja. Das wird der Switch müsste ich eigentlich nachher mal ausprobieren. Ja. Oder vielleicht ist das ein, ähm, Epic-Coser, aber das ist ja auch ein PC. Hm. Wir hätten könnten Drachenschüssel mitnehmen. Wow. Oh. Wir machen die Quest-Cut zum dritten Mal. Ja. Und trotzdem haben wir's wieder vergessen. Oh. Ich wusste gar nicht... Ach ja, das ist Lua, ne? Da kann man... Ja. Oh. Passiert. Jo. Die Fähigkeit an, die Fähigkeit an. Äh, ich bin fest. So, jetzt stell ich mich hier zum Ding hin. Also wenn ich das alleine mache, dann stell ich mich auch super gerne an die Teile dran, falls ich's da mal brauche. Dann kann man schnell eben krabbeln. Aber eigentlich mit Nähkostenhilfe haben wir das eigentlich noch nie gebraucht. Ja, ich mein, wenn jetzt zum Beispiel nur mit Randoms oder wenn es so ist, was keiner mit spielen möchte, dann schiefst du da so, aaaaah. Ah stimmt, das war das erste Mal, ja heute. Ich hab 18 Minuten 39 hingekriegt und dann lief mir die Zeit komplett aus und dann war es vorbei. Und bei 20 Minuten droppt er vielleicht eventuell den Tarotide, den ich brauch noch, dass ich kacke. So kurz, aber knapp. Ich glaub es wirklich, ich denke nicht. Ah ja. Irgendwann krieg ich den auch mal. Der schöne ist, ich hab Harrow Prime schon, das ist total dumm. Da hatte ich mehr Glück. Mehr von der 4. Da haben wir ein paar.. So viele schöne Effekte. Und manchmal ist Warframe ja auch wirklich nur auf der Stelle stehen und schießen. Das ist dann auch mal so, hm, was mach ich jetzt, mach mal jetzt. Und vor allem überleben ist da immer so schön, dass eigentlich immer nur auf der Stelle stehen. Ja. Wenn man eine gute Stelle gefunden hat, ne? Ja, das ist ja auch immer so eine Sache. Ach, ich freu mich, ich krieg morgen den Hund von meinen Eltern für, keine Ahnung, ein paar Tage bis Samstag oder so haben sie gestiegen. Und mein Hund nicht, also meine Hündin dann auch nicht so alleine. Das ist dann auch wieder kunterbunter voller Tag, ne? Aber man freut sich, weil der kuschelt, meine Hündin kuschelt nicht so gerne. Das ist so. Urlaub für mich, Urlaub für ihn. Die eine hast Kuscheln, der andere kommt dauernd zu einem und rennt. Er steckt dir die, seine Nase an die Hand und sagt, los, mach es. Immer wieder schön. Ja. Aber manchmal braucht man das. Auch wahr. Wenn man einen Hund hat, der nicht kuschelt mag. Ja. Aber ich glaube, die machen das, weil die irgendwie so einem Konzert wollen oder so, dann geht das ja auch nicht. Ja, das stimmt. Ich hasse diese Spucker. Ich mag diese gar nicht. Also, die diese gelbe Fritzen immer machen. Ich weiß nicht, wie die sich hier heißen. Diese, weiß ich nicht. Diese Pflanzen? Das sind ja alles so Pflanzen, aber. Weiß ich nicht. Alter, das ist meine? Okay. Ich teile mal kurz bei dir. Das ist meine Hand. Alles gut. Ich bin dafür nicht da. Gab es nicht in irgendeinem Anime auch sowas, wo jemand sich zu Pfützen machen konnte? Weiß ich es nicht. Ich weiß nicht. Das ist… Weiß ich nicht mehr. Ganz ehrlich. ja also man weiß nicht so irgendwie manchmal doch gibt alles im anime schon gewesen aber ich denke gerade an ganz alte sowas wie salamone und so gab es das weiß ich nicht also die ganzen neuen kenne ich nicht alle sind ja es ist unmöglich alle zu kennen das stimmt und manche mag ich auch gar nicht so ja älterinke titan ist cool aber nicht so mein favorit ja jetzt habe ich mich umbeliebt hat doch jeder seine meinung und ich meine ich gucke ich finde es auch nicht recht aber ein favorit ist es auch nicht so wie game of thrones ist so okay also game of thrones kann ich zum beispiel gar nicht aus ich auch nicht ich weiß nicht das ist so zwei sekunden story und der rest ist nacktheit also danke gibt mir noch eine roten blutrote hochzeit oder so ich glaube das war interessant ich habe mir die gar nicht eingeguckt eigentlich nur so sporadisch okay ein bisschen weiß ich von diesen komischen one punch man klang war ganz gut aber gab es nur eine staffel von leider also ich klage jetzt noch den manga aber die schreit in den chat und wurde kurz gewandt ich kann auch kurz vorlesen was er geschrieben hat welcher anime ist denn euer lieblings anime ja es ist sailor moon sorry ich bin ein ich bin damit aufgewachsen und ist der erste anime den ich gesehen habe und ich habe mich total drin verliebt ja ich bin halt neunziger mensch was soll ich tun ich würde jetzt gerade auf antworten ganz classic pokémon aber welcher von den pokémon es gibt ja jetzt also vor allem die ersten staffeln ja wo es noch es war ne so ja das war noch cool mit misty rocco und so und dann wurde es echt abgespacet wenn man das so sagt 9 ist ein bisschen fragwürdig er ist ein 30 jahren 10 das geht nicht es hätte doch so weitergehen können er kriegt ein kind und die machen dann weiter okay das hätte ich noch verstanden wie es halt in der story von dem spiel auch ist ja selbst naruto hat das gemacht dass die kinder gekriegt haben und glaube ich wenn ich das richtig verstanden habe mit brutto ich meine ich habe ich auch super 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 gerne one piece geguckt und dann sind meine lieblings charaktere irgendwie drauf gegangen hatte ich nicht mehr so viel lust und jetzt ist er bei 1000 oder so was und ich denke mir so okay ja ich hätte ich bin ehrlich hier worden für die ersten folgen früher geschaut und dann gar nicht mehr und würde es mir auch jetzt ehrlicherweise nichts mehr antun es ist also ja es ist wohl aber es ist einfach zu viel ich meine ich komme jetzt noch mal mit sailor moon ja die haben 200 folgen und das ist schon echt viel aber das sind glaube ich auch nur drei vier staffeln und bei tausend wie viele staffeln sind das denn haben die woche staffeln was ist denn dein anime der niedringsanime wenn du schon gefragt hast musst du auch antworten 20 staffeln 20 oh mein gott ja und wie viel hat dann naruto hat das denn mehr oh mein gott das hat das war doch auch so eine mega 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 sache mit so vielen leuten vor allem weil das er immer anders ließ oh death note ist auch gut stimmt stimmt ja bei mir kommt noch glaube ich demon player dazu aber das ist nur die erste staffel das stimmt da bin ich jetzt mal so da gab es ja noch den originalen L also bin ich bei uns besser also ich ich finde die netflix real verfilmung jetzt ist komisch ja hast du auch schon die bleach real verfilmung ich habe es mir nicht angetan ich habe es mir nur angetan weil mein lieblings japanischer sänger der rota rieger und ich habe genau ich sage der rota kriege weil ich gerade nicht weiß wer heißt überhaupt nicht sehr gut ja johnny depp warte nur warten johnny depp und paar anderen schauspielern kann ich den richtigen namen volando blum und so ne sowas kann man aber früher so ja das ist doch hier ja das ist die stimme von zoro und das ist wegen uns stimmen ich habe keine ahnung wie die ganzen menschen heißen ich weiß auch nicht wie die echten stimmen von den lieben leuten heißen die mir den anime und die filme so viel versüßen aber man hört immer so das ist son goku aha son goku von oder halt von baffi der der vampir der blonde weißhaarige der hat die stimme von zoro von one piece aber ich habe keine ahnung in den echten leben heißt das ist ja komis was sind das keine ahnung peinlich ja was soll es ähm was war jetzt noch mal am besten für was ist denn jetzt noch übrig da ist noch eine übrig ne ähm abfangen was war noch mal abfangen ach das wo wir die einnehmen müssen ach der dreck ja ja ne vollkommen ok euch stimmt elfen die gibt es auch noch auch mein gott die ganzen alten an die mir kommt wieder mein kopf sollte ich wechseln oder ist okay wenn ich mit ja nekros komme was meinst du na opfer ich bin immer noch auf dem planeten kannst du reingehen ja das was wir gemacht haben vorhin irgendwie 20 tonel irgendwie so ich muss nur ganz kurz das ändern ich kann nicht ember mit einem mit der ding war ernst nehmen wunschliste es gibt eine wunschliste ich gucke mir gerade eure profile an ach das kann es das kann man auch dem operator angehen am sehn des figur ich nehme dann soll ich dann nekros nehmen oder was anderes was meinst du ich frage ich frage ich finde schön dass es wenigstens noch irgendwie entspannt und positiv endet nachher also gleich und nicht so im auch ja ich hätte mich gerade bevor ordentlichen geschrieben hat macht doch das und das oder mit mir ein paar minuten zeit hätte ich wirklich schon im stream ausgemacht weil wenn ich nichts zu tun habe und dann denke mir so konnte ich auch mit dem hund rausgehen so ungefähr ja das kann ich nachvollziehen weil wenn man dann so ein bisschen abgenervt ist weil man es nicht hingekriegt hat dass man halt machen wollte ich habe mir extra sogar die die wiki hingepackt so was kann ich machen wie komme ich an diese dinger dran und von den beiden teilen fehlen mir halt noch die und die blablabla da müsste ich glaube ich nur leveln und dann können die verfüttert werden die beiden alles wird verfüttert die könnt ihr ihr könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr starten ne ne das musst du machen sorry ich denke mir so warum starten wir denn nicht alles gut einfach was sagen ey du schwarze schwarze tante konzentrier dich der erste raum total voll mit blut der erste ist der erste der ist der ist der hat Und danke, Frye, für zwölf Monate. Ah! In dein Dusselchen, warte. Muss auch passen. Oh, erstmal Freunde machen. Wie geht's dir, Frye? Ich geh hinter zu dir. Alles gut, alles gut, alles gut. Warum ist das so kein Schaden? Das stimmt. Wir sterben. Das stimmt. Wow. Aha! Ich töte dich mit meinem... Oh, jetzt bin ich böse. Kappa? Feierabend. Kappa. Hast du schon deine Pizza Gold, Frye? Versuch, da A zu verteidigen. Versuch's wirklich. Wie war mein Bestes. Was ist denn dein Lieblings-Anime? Frye mag auch Animes. Da kann man auch vielleicht mal fragen. Gutes Thema! Anime! Okay. Müde K.O. such dir was aus. Hol die Pizza, dann geht's besser. Ich weiß nämlich, dass heute Dienstag ist und Dienstag ist dein Pizzatag. Also weiß ich, dass theoretisch Pizza das sein sollte. Außer er hat keinen Bock auf Pizza. Dann Döner oder so. Ich weiß es nicht. Herzschneider! Irgendwann, bye de Jett. Ich bin ja schon bei C, du wirst doch nichts davon gehen lassen. Der Hut zu Floor. Hu der, ist eigentlich eben. Was waren meine? Das waren meine. Ja, eigentlich ja schon. Ü työ, was sie doch angeln lassen ist. Na, aber paint kann ich zwei runden ganz schnell über die karte damit ich mir die ganzen sachen einsammeln kann und rennen wieder zu a könnte ja legierungsmaterial herumliegen entsichtlich legierungsmaterial klar wurde gerade angegriffen dass ich weg war ja warum nicht ja ich war da aber gerade so muss das sein haben wir hoffentlich die ein ach so noch nicht also die gerade wirklich ich habe mich gerade weil ich wollte da nicht was kommt sollte man dass ich ein das sei denn da denkt sich jemand der müsse die in seine billet ziehen ach weil noch nicht alle weg waren okay verstanden ich lerne ja noch ein paar stunden habe ich schon aber ich lerne was ich mag das wenn die boots sagen ich hoffe ihr habt auch nicht so viele stressige termine noch diese woche ich meine es hat ja erst gerade angefangen die woche also wer weiß seit ein paar wochen endlich mal die ruhige ja ja das ist aber schön endlich alle termine weg und dann mal entspannt ja ja das war bei mir halt ich dass ich vertreten gehen musste zwei wochen und die wochen sind irgendwie immer so lange nicht weg ja du kannst halt nichts machen weil du ab und fertig bist da brauchst du mein langes 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 ja das ist ja das das thema bei uns dass sich halt samstag und sonntag gehen muss und das ist einfach etwas nervig ja kann ich komplett verstehen weiß nicht ob ich das könnte aber ich muss sagen stören guckst nicht weil ich gehe halt nur teilzeiten theoretisch nur teilzeit und habe eigentlich dann halt in der woche dafür zwei tage habe ich eigentlich nur vier tage und dann gehe ich halt auch nur vier tage und habe dafür halt das wochenende und gehe dann aber hat nur zwei tage in der woche so ja wenn man das eigentlich für verdreht ich weiß nicht so komisch ja das gute statt bei uns ist ja alle nur teilzeit gehen du hat hat keiner nachfall oder so ja das ist dann auch wieder gut ne so praktisch so weil dann kannst du auch mal sagen ich brauche mal jemand der mich vertritt oder ich bin gerade nicht so hilfe wir haben halt schon alle einen festen plan weil wir sind ja nur zu gut so dadurch ist das gar nicht so zu schlecht nur ja wie gesagt vertretung ist halt immer ein bisschen bisschen nervig was stressig sagt ja natürlich ist auch nicht der regelbetrieb regel also so regelmäßig und so ist einfach am besten finde ich jetzt blöd gesagt also wenn wenn du dann plan hast dann und dann musst du kommen und richtig der fein war der urlaub halt jetzt auch ziemlich kurzfristig ja ok und das war halt ein bisschen nervig wir haben vor drei wochen gesagt bekommen wir müssen bis ende des jahres unseren ganzen urlaub noch weg nehmen ach du scheiße jetzt müssen wir das nicht alles machen weil im dezember wollen wir halt alle nicht nehmen ja ja wenn du plötzlich noch 30 tage oder zehn tage übrig hast und du musst sie nehmen und dann ist das scheiße ja meine kollegin hatte noch eine woche ich habe noch eine woche und meine andere klärin hat auch noch eine woche und ihr könnt ja nicht alle an weihnachten sozusagen frei machen wo man eigentlich frei haben möchte also wir sollen überhaupt nicht weihnachten und neujahr nehmen ja und ansonsten haben wir halt nur jetzt halt bis anfang dezember also die erste dezember woche hätten wir noch nehmen können und danach auch nicht mehr blöd aufzuteilen ja vor allem wenn nur noch ein halber monat dann fast da ist oder der monat schon angefressen wurde von ein paar tagen erstes abend und heitische was wollte ich jetzt mal nachgucken wie viel fehlt mir denn noch ich hab 3.000 gemacht von den legierungsplatten sehr gut es werden au haare ich hab an meinem stuhl blöde augen die nehmen wir mal meine haare also kleber halt ne wenn man denkt das ist lustig und dann dann ist es nicht mehr lustig wenn die haare da dranhängen das stimmt aber sind jetzt fast nur noch 30.000 so 33 32 1 halb tausend nur noch immerhin aber ich sammle ja auch nicht extrem dafür also also wenn ich gezielt gehen würde ich glaube das wird dann schneller gehen na aber zieht bin ich ja gerade gar nicht unterwegs und gleich wieder drauf so mal gucken wie geht's der tusche kaputt 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 juna was man das hören kann ja aber es stimmt und und kutter Mir geht es auch gut. Ich habe einen Hund gefangen. Ja. So, erstmal richtig hinsetzen. Ich stelle die Frage mal wieder, ist es wert nur ein Cover? Warum ist es denn nicht wert, das zu holen? Muss man das nicht holen? Sollte man das nicht holen? Hundepunkt. Ich habe vor allem meinen Stuhl auch mal weiter runter gelassen. Ja, jetzt kann man dich sehen. Da, guck mal. Kriegst du auch ein Leckerli gleich. Wie voll bist du, Dicke? Ganz voll. Ganz voll ist der junger Hund. Und sie stinkt. Und sie stinkt. Was müssen Hunde noch? Leckerli ist geil sein und stinken. Genau. Ne? So musst du. Und rufst. Ja. Mache. Bitte nicht auf die Tastatur kotzen, das wäre nicht so geil. Wenn die Legierungsplatten übrig hat, ist das kein Problem. Aber dafür extra zu fahren gehen, muss man es halt brauchen. Aber ich möchte Katzen und Hunde halt haben. Das ist ja. Das ist das, was ich möchte. Möchte ich auch haben mit Kichers. Und ich weiß auch gerade nicht im Moment, wofür ich die Legierungsplatten sonst brauchen könnte. Bestimmt für irgendwas, aber ich weiß gerade nicht. Was kann man denn gerade so machen? Ähm. Da, 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 da. Hier brauche ich aber was anderes. Polymerbündel. Das sind ja keine Legierungsplatten. Ähm. Ähm. Was haben wir denn da? Leck mich nicht schon wieder ab. Das stinkt doch auch nicht. Ähm. 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 Legierungsplatten. Was könnte ich denn mit Legierungsplatten im Moment machen? Wofür bräuchte ich die denn wirklich dringend? Ach. Danke. Das ist einfacher. Habe ich es falsch? Was stimmt? Legierungsplatten. Ach. Das Platen hat das. Äh. Äh. Ja. Okay. Ja. Theoretisch. Für Sachen. Für den Helm. Geil. 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 Teile. Da bin ich wieder. Hallo. Ich hab meinen Hund geholt. Kuschelgrad. Ja. Ja. Man kann sie mit Leckerlis bestechen. Ganz böser Hund, ne? Nur Leckerlis im Kopf. Nur Leckerlis im Kopf. Ja. Und dann bleibt sie mich auch sitzen. Weil sie das hier sieht. Oh. Lecker Stinkezeug, ne? Hm. Noch ein bisschen Ente? Bitte schön. So. Ja. Hunde sind ja nichts für Vegetarier, ne? Und Afrikaner. So, ja. Lecker Ente, ne? Mmh. Pulver. Am ehrlich zu sein, habe ich noch nie wirklich darüber nachgedacht, für welche Blaupause ich Legierungsplatten brauche. Ja. Pff. Ich brauche im Moment eigentlich nichts davon. Theoretisch bräuchte ich wahrscheinlich das Heilenergiezeug. улigug. Okay. Er verschwert sich jemals. Gib mir Kiäher. Du warst ein gewisses Hündchen. Ha. Bin ich geküsst. Ich jetzt. Nicht vor allen Schatz, nicht vor allen. exponentie eutophil plus Montagräfriends. und muss mal geschmiert werde ich habe die doch mit essen geschmiert aber sie das war ganz kurz sie kann das noch länger und lauter und dieser stinke und umborn so wieder verrückt menschen so was machen wir denn also theoretisch bin ich ja fürs team heute durch aber wenn ihr wollt wenn wir gleich noch ein bisschen weiter machen weiß nicht als sie noch lust oder so wenn ich nicht schlimm ja 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 jeder mache ich eben abmodo und dann 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 wach ich bin schon oder bin gleich wieder da so wir reden jetzt hoffentlich sind doch da so raiden wir mal hin wo mein frei grad aktiv ist ich bin gemein freiner ich bin so ein arsch ja es funktioniert bleibt doch gerne noch bis zum rate da lass ganz viel liebe bei der lieben da und knuddel sie und hunde leckerlis in ihr in ihre hände damit die hunde sie also abschlecken und auch die katzen die sie hat also nur die katzen ist halt so katzen wir sehen uns sonntag wieder zu einer weiteren runde raise it evil nummer sieben für die restlichen sachen und dann geht es am dienstag nächste woche weiter mit waff rahme bis zum nächsten mal tuschi und danke dass ihr da war und danke für alles mögliche und wir sehen uns demnächst danke tschüss bis nächsten donnerstag schlaf frei schlaf ja 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 ja